Social Media Marketing auf Deutsch. Wie du dein Unternehmen oder deine Dienstleistung auf sozialen Plattformen bekannt machen solltest, um mehr Kunden zu gewinnen. Mein Name ist Sven Sulik. Ich bin Videograf und Gründer von VideoDU. Es gibt so viele Netzwerke, aber welches ist das Richtige, um deine Kunden zu finden, zu überzeugen und zu begeistern? Das erfährst du jetzt hier bei VideoDU. Damit du gleich richtig mit deinem Social Media Marketing beginnen kannst, sollten wir von vorne anfangen. Was ist das Ziel von Social Media Marketing? Erstens, Bekanntheit steigern. Mit Social Media Marketing kannst du in kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit für dich gewinnen, indem du viele Menschen von dir begeisterst. Zweitens, Imageaufbau. Bring dein Unternehmen in den Vordergrund und präsentiere deine speziellen Werte, die sich von der Konkurrenz unterscheiden. Drittens, Kommunikation. Du kannst dich mit deinen Kunden über Social Media unterhalten und wertvolle Tipps und Hilfestellungen zu deinen Produkten geben. Das sind die Ziele. Aber wie startest du jetzt genau mit deinem Social Media Marketing? Dazu habe ich folgende Punkte aufgezählt. Erstens, Zielgruppe definieren. Wer ist deine Zielgruppe? Oder noch genauer, wer sind deine Personas? Wenn du genau weißt, wen du ansprechen möchtest, geht das weiter. Zweitens, welches soziales Netzwerk willst du nutzen? Wenn du weißt, wo deine Zielgruppe sich aufhält, dann erstelle dort deine Inhalte. Am Anfang solltest du dich erstmal auf ein oder maximal zwei Netzwerke konzentrieren, damit du effizient bleibst. Drittens, Beitragserstellung. Nur durch regelmäßige Beiträge erhältst du auch mehr kostenlose Reichweite. Also mach dir am besten einen Jahresplan mit deinen Hauptthemen. Dann erstellst du Beiträge, die deine Zielgruppe interessiert und bekommst dadurch mehr Aufmerksamkeit. Viertens, Werbungsschalten. Damit du deine Reichweite skalieren kannst, ist die bezahlte Werbungsstrategie einfach die sinnvollste. So erfahren mehr Personen, die deiner Zielgruppe ähnlich sind, von dir. Wenn du nun erfolgreich gestartet hast, solltest du deine Ergebnisse messen. Damit du deine Beiträge verbessern kannst und nur die wirklichen zielgruppenrelevanten Themen in den Vordergrund bringst. Viele messen die Anzahl der Follower und werten diese Zahl als Erfolg. Das ist auch gut, aber noch wichtiger ist es, dass du deine Follower auch dazu animierst, mit deinen Beiträgen zu interagieren. Mach in deinen Beiträgen klare Botschaften. und Handlungsaufforderungen, damit das soziale Netzwerk erkennt, dass dein Beitrag interessant ist. Dadurch werden deine Beiträge öfter gezeigt und du erhältst mehr Reichweite. Stelle zum Beispiel Fragen, die deine Zuschauer in den Kommentaren beantworten sollen. Oder bitte sie, diesen Beitrag zu bewerten. Du kennst bestimmt schon die Daumenhoch-Aktion. Also, hier kommt meine Handlungsaufforderung. Wenn dir dieser Beitrag über Social Media Marketing gefallen hat, dann klicke bitte auf den Daumen nach oben. Falls du keine weiteren Videos verpassen möchtest, kannst du diesen YouTube-Kanal kostenlos abonnieren. Aber du bekommst nur aktiv eine Benachrichtigung, wenn du die Glocke ebenfalls anklickst. Das sind schon echt viele Dinge, die du als Zuschauer machen sollst. Aber die meisten kennen die Methoden schon und unterstützen dich gerne, wenn deine Inhalte wirklich nützlich sind und unterhalten. Wenn du eine einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung für dein Social Media Marketing haben möchtest, dann findest du hier unten in der Videobeschreibung einen Link. Klicke auf diesen Link und du kommst zu dem ausführlichen Beitrag.